Australien brennt, die Gletscher schmelzen, die Wälder verdorren, die Böden sind hart und trocken. Wir kennen die Bilder, dennoch unternehmen wir wenig. Jonathan Safran Foer, mit dem ich gleich spreche, glaubt, wir müssten die Geschichte einfach anders und besser erzählen. Und wer sollte das können, wenn nicht er? Er ist einer der wichtigsten Schriftsteller der USA und hat 2010 auch bei uns die besten Listen gestürmt mit seinem Sachbuch «Tiere essen», einer radikalen Kritik an der Massentierhaltung. In seinem neuesten Buch «Wir sind das Klima» knüpft er sich nichts Geringeres vor als die Rettung der Welt. Herzlich willkommen, Jonathan Safran Foer. Hi, thank you. Ja, die Welt retten, ein grosses Ziel, ging es nicht ein bisschen kleiner? Das Ziel, über das ich schreibe, ist etwas kleiner. Der Titel ist sehr gross, aber der Inhalt des Buchs ist bescheiden. Ich schrieb es, weil ich etwas spürte, das viele Menschen spüren, nämlich ein Bewusstsein von dem, was passiert, die absolute Gewissheit, dass sich die Erde, wie uns die Wissenschaftler sagen, erwärmt. Und das Wissen, welche unserer Aktivitäten die Erde aufheizen. Und obwohl ich das weiss und deswegen besorgt bin, obwohl ich ständig darüber rede, an Dinnerpartys, mit Freunden, mit meinen Kindern oder sogar mit mir selber, trotz all dem lebte ich ein Leben, das meine Wertvorstellungen nicht zu widerspiegeln schien. Ich meine nicht ein Leben, in dem man den Planeten auf irgendeine heroische Weise rettet oder zerstört, sondern in den kleinen persönlichen Entscheidungen, die wir ständig treffen. Nehme ich das Auto oder das Fahrrad? Reise ich mit dem Flugzeug oder mit dem Zug? Was esse ich? Ich wollte also darüber nachdenken, und zwar nicht als Wissenschaftler oder Journalist, sondern als Individuum, das ein hektisches Leben führt und das Richtige tun will. Und wir machen einen kleinen Spoiler, was sozusagen dabei herauskommt. Man muss ja im Buch ein bisschen warten, man muss lesen bis Seite 78, bis Sie sagen, worum es Ihnen eigentlich geht oder was Sie empfehlen, um die Welt zu retten, sage ich jetzt trotzdem mal. Sie sagen, wir sollten verzichten auf den Konsum von tierischen Produkten, also eigentlich vegan leben, bis zum Abendessen, also bis zum Abendessen darauf achten, nachher können wir eigentlich tun, was wir wollen. Ist das nicht, wie soll ich sagen, sogar ziemlich vorsichtig? Ich meine, abends kann ich dann essen, was ich will. Das ist vielleicht gar nicht so schwierig. Zuerst ist mir wichtig klarzustellen, das ist nicht einfach meine Meinung. Es ist nicht meine Argumentation und auch nicht meine Sichtweise. Es sind vielmehr wissenschaftliche Erkenntnisse und sie sind überhaupt nicht umstritten. Lesen Sie auch nur ein paar Minuten auf Ihrem Laptop oder Handy die Berichte der UNO oder des Weltklimarats, sowie so ziemlich alle wissenschaftlichen Studien über den Klimawandel im Internet, dann sehen Sie, es herrscht ein sehr breiter Konsens darüber, dass vier Dinge, die wir persönlich tun, viel stärker ins Gewicht fallen, als alles andere. Nämlich weniger zu fliegen, ohne Auto zu leben, weniger tierische Produkte zu essen und weniger Kinder zu haben. Eine der Herausforderungen ist, dass wir alle diese Dinge lieben. Könnten wir die Klimakrise lösen, indem wir einfach aufhörten, uns mit Messern zu verletzen, hätten wir das schon längst gemacht. Aber es ist sehr angenehm zu fliegen und die Welt zu sehen. Viele sind sehr gern Eltern und essen gern leckere Gerichte. Wir wissen, tierische Produkte gehören zu den Nahrungsmitteln, welche die Umwelt am meisten schädigen. Sie produzieren mehr Treibhausgasemissionen als alles andere in der Welt zusammen. Wir wissen auch, wie viel wir reduzieren müssen. Dazu müssen wir nicht ganz auf tierische Produkte verzichten und alle Veganer werden. Die umfassendste Analyse über die Beziehung zwischen Nahrungsmitteln und Umwelt wurde Ende 2018 veröffentlicht. Darin heisst es, Menschen, die in ärmeren Ländern leben, also in Teilen Afrikas und Asiens, können etwas mehr Fleisch und Milchprodukte essen. Europäer und Bewohner der USA müssen ihren Fleischkonsum um etwa 90 Prozent reduzieren und rund 60 Prozent weniger Milchprodukte essen, um zu verhindern, was die Autoren als katastrophale, irreversible Klimakatastrophe bezeichnen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Zahlen, wie gross der Beitrag der Nutztierhaltung insgesamt eigentlich ist auf diese Frage der Treibhausgasemissionen, also der Frage auch, wie sehr, wie schnell der Klimawandel vorangehen wird. Sie diskutieren das ja sehr ausführlich. Dieses Buch ist, obwohl es von einem Schriftsteller geschrieben ist, ein sehr sachlich kundiges Buch mit ganz vielen wissenschaftlichen Daten auch. Und die beiden Zahlen, die herumgeistern, sind 14,5 Prozent. Das ist die Zahl, die die FAO, also die Welternährungsorganisation, dafür plädiert, ist die eine Zahl. Die andere Zahl ist 51 Prozent, die Zahl des Worldwatch Institutes. Und Sie sagen ganz klar, wir sollten die höhere Zahl nehmen, weil nämlich die tiefere Zahl ganz viele Dinge nicht mit einberechnet, die das Fleischessen oder das Milchtrinken eben auch mit sich bringen. Richtig. Unter anderem sind die Zahlen so unterschiedlich wegen der Faktoren, die sie berücksichtigen oder nicht berücksichtigen. Zum Beispiel gehen 91 Prozent der Abholzung des Amazonas auf die Haltung von Nutztieren zurück, sei es zur Gewinnung von Weideland oder von Anbauflächen für Futterpflanzen. Wir wissen, wenn wir den Amazonas abbrennen, setzen die brennenden Bäume viel CO2 frei. Wir können aber auch mit einbeziehen, dass die Bäume, wenn man sie hätte stehen lassen, viel CO2 absorbiert hätten. Das berücksichtigt die 14,5 Prozent Zahl nicht, die 51 Prozent Zahl hingegen schon. Doch wenn man über diesen Unterschied diskutiert, so gross er auch ist, redet man am wesentlichen vorbei. Denn ob es nun 14,5 oder 51 Prozent sind, jeder Wissenschaftler anerkennt, was der Weltklimarat in seinem letzten Bericht schrieb. Wir können die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht erreichen, auch wenn wir alle Lichter ausschalten und morgen aufhören zu fliegen und Auto zu fahren. Wir können diese Ziele nicht erreichen, ohne den Konsum von tierischen Produkten zu reduzieren. Und das ist der Grund, warum Sie sich auch wieder mit diesem Thema jetzt auseinandersetzen. Sie haben vorhin vier Punkte genannt, bei denen wir individuell ansetzen können. Darunter war eben auch die Frage, weniger Kinder zu bekommen. Sie selber sind ja auch Vater von zwei Kindern, Sie haben zwei Söhne. Nun gab es da ja auch einige in Aufruhr, nämlich um eine Zahl des Club of Rome, die gesagt haben, es sind tatsächlich 58,6 Tonnen CO2, die wir einsparen würden, pro Kind, das wir nicht bekommen. Währenddessen Sie sagen, mit der Ernährung, die Sie vorschlagen, sparen wir 1,3 Tonnen CO2. Dann denkt man, eigentlich wäre das Beste doch wirklich, keine Kinder mehr zu bekommen. Wir müssen alle diese Probleme lösen, sonst bleibt uns keine Hoffnung. Es bringt nichts, abzuwägen, was besser ist, keine Kinder zu haben oder weniger Fleisch zu essen, weniger zu fliegen oder Solaranlagen zu installieren oder ein Elektroauto zu kaufen. Der Klimawandel ist ein globales, sehr vielschichtiges und kompliziertes Problem und die Lösungen müssen entsprechend global und vielschichtig sein. Jeder sucht nach der Patentlösung. Wenn wir das tun, können wir den Planeten retten. Die Realität ist, wir werden den Planeten weder retten noch verlieren. Wir stehen am Anfang eines Verlustprozesses. Wir werden vieles verlieren, zum Beispiel einige Küstenstädte wie Venedig und Miami. Wir werden Teile des Amazonas verlieren. Wir werden Menschenleben verlieren durch Buschbrände, Dürren und Krankheiten. Unsere Lebenserwartung wird sinken. Die Frage ist, wie viel Verlust können wir verkraften? Und das bestimmt, wie viel Veränderung wir verkraften können. Wenn wir also die Überbevölkerung in den Griff bekommen und unsere Ernährung anpassen, können wir den Verlust teilweise verringern. Doch es ist verführerisch, das Ganze zu vereinfachen und zu sagen, wenn wir nur dieses eine tun würden, während es tatsächlich sehr kompliziert ist. Und es ist nicht nur die Frage, dass wir es nicht vereinfachen sollen, sondern auch die Frage, dass wir schnell in so ein Schwarz-Peter-Spiel hineinkommen, dass wir sagen, eigentlich geht es doch darum, kein Fleisch mehr zu essen. Naja, nein, eigentlich geht es ums Fliegen. Eigentlich geht es ums Kinderhaben. Eigentlich geht es um die Währung Bitcoin, die so viel Strom braucht. Eigentlich geht es um die zu vielen Kleider, die wir kaufen. Und wir beginnen dauernd sozusagen das Problem zu verschieben und uns auch ein bisschen zu beruhigen, weil wir denken, so wirklich viel kann ich gar nicht tun, weil es gibt ja noch viel grössere Probleme. Ich pflichte Ihnen voll und ganz bei. Und dieses Buch ist nicht unbedingt ein wissenschaftliches oder journalistisches Buch. Es ist auch kein Roman. Und es basiert primär auf Psychologen, es geht darum, wie wir all unsere Gefühle ordnen können und wie diese unsere Entscheidungen beeinflussen. Kürzlich gab es eine Umfrage in den USA, laut der mehr als die Hälfte aller Teenager Angst hat und wütend ist. Ich denke, die meisten Erwachsenen haben die gleichen gemischten Gefühle, neben vielen anderen Empfindungen. Pessimismus zeitweise, dann wieder eine Art von Optimismus, Wut, Frustration, Traurigkeit und Entschlossenheit zu einer Lösung beizutragen. Dieser Gefühlsmix kann uns in zwei sehr verschiedene Richtungen führen. Die eine ist eine zu starke Vereinfachung und eine Art Verteidigungshaltung. Wir reden uns ein, wir seien nicht schuld an den Problemen und beschuldigen vielleicht gleichzeitig andere, sie würden sich nicht genug einsetzen. Oder wir blenden das aus und sagen, ich bin ein Mensch, ich esse gern Fleisch, ich reise gern, ich liebe meine Kinder, ich will Kinder haben. Ich werde bestimmt nicht zu einer Art ethischem Roboter, aber in den Gegebenheiten, die mein Leben als Mensch ausmachen, möchte ich so viel tun, wie ich kann. Vielleicht ist mein Beitrag kleiner als der von anderen, vielleicht ist er grösser, aber das muss mich nicht kümmern. Ein Anfang ist immerhin zu schauen, was für mich möglich ist. Wie kann ich am besten auf diese wissenschaftlichen Befunde reagieren? Über diese Gefühle, die wir haben können angesichts der, sagen wir jetzt mal, drohenden Katastrophe, möchte ich später noch mit Ihnen sprechen, weil ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema. Was mich manchmal beelendet, ich habe gemerkt, ich habe das Buch mit grosser Faszination gelesen, habe gedacht, okay, so einfach wäre es eigentlich und dann müsste ich ja auch gar nicht so viel tun und genau das ist das Entlastende. Aber dann habe ich auch ein Interview gelesen im Tagesanzeiger kürzlich mit dem Lebensmittelhändler Christian Jörg, ein Schweizer, der in Saudi-Arabien bei der staatlichen Ernährungsmittelvorsorge arbeitet und der sagt, wir stehen vor einem gigantischen Fleischboom, weil Fleischkonsum korreliert mit Reichtum, mit Vermögen und viele grosse Nationen, China beispielsweise oder überhaupt der Kontinent Afrika, die Menschen werden reicher und reicher und werden mehr und mehr Fleisch konsumieren. Und das hat etwas Deprimierendes. Das ist deprimierend, Sie haben recht. Und es stimmt. Aber es gibt zwei Kräfte, die in entgegengesetzte Richtungen ziehen. Die eine ist der Wohlstand, die andere das Pflichtbewusstsein. Zum Wohlstand. Die Menschen essen Fleisch grossenteils, weil es Erfolg symbolisiert, weil es Macht symbolisiert. Gut möglich, dass sich solche Statussymbole verändern, bestimmt unter jungen Menschen. An allen US-Universitäten zusammengenommen gibt es mehr Vegetarier als Katholiken. Für junge Menschen, für Teenager symbolisiert also Fleisch nicht Wohlstand und Erfolg. Es steht für Verschwendung, Materialismus und Umweltzerstörung. Ich hoffe daher, dass sich die Kultur weiterhin so schnell verändert wie jetzt und dass reiche Leute nicht mehr sagen, ich brauche ein Steak zum Abendessen, sondern andere Wege finden, um sich gut zu fühlen oder ihren Wohlstand auszudrücken. Als zweites würde ich sagen, einige der Länder, die Sie erwähnt haben, sind an vorderster Front bezüglich der Reduktion des Fleischkonsums. So will China, also das grösste Land der Welt, mit einer nationalen Initiative den Fleischkonsum im kommenden Jahrzehnt landesweit um die Hälfte reduzieren. 2030 soll in China aus ökologischen Gründen halb so viel Fleisch gegessen werden wie heute. Deshalb hat die Regierung alle möglichen Filmstars und Regisseure aus den USA und der ganzen Welt ins Land geholt, die in Werbespots den Chinesen sagen, wir müssen weniger Fleisch essen, um den Planeten zu retten. Es gibt also Gründe, optimistisch zu sein und Gründe, sehr besorgt zu sein. Eine Frage ist ja auch, wie sehr braucht es das Individuum, wie sehr braucht es meinen Beitrag und wie sehr brauchen wir die Politik oder eine systemische Lösung sozusagen. Und das war ein Vorwurf, der Ihnen manchmal gemacht worden ist, dass man gesagt hat, wir brauchen doch eigentlich politische Lösungen. Warum appellieren Sie nicht, keine Ahnung, an die Legislative, an die UNO, an die Behörden, an die Steuerbehörden? Warum schreiben Sie ein Buch für das Individuum? Nun, wir brauchen beides. Individuen können die Klimakrise nicht lösen, aber wir können sie auch nicht ohne die Individuen lösen. Die Art von Entscheidungen, über die ich schreibe, fliegen, essen, Autofahren und weniger Kinder haben, haben tiefgreifende, messbare Auswirkungen auf das Klima. Das stimmt auch, dass sie messbare Auswirkungen auf die Kultur haben, auf Unternehmen und Politiker. So gab es vor etwa einem Jahr, als ich dieses Buch schrieb, in den USA meines Wissens kein Fast-Food-Restaurant, das Veggie-Burger im Angebot hatte. Man bekam sie nirgendwo. Wenn ich also, wie ich das oft tat, von New York nach Washington D.C. fuhr, wo meine Eltern leben, und bei einem Burger King stoppte, gab es nichts Vegetarisches zu essen. Heute hat jedes Fast-Food-Restaurant in Amerika einen Veggie-Burger, die US-Firmen Beyond Meat oder Impossible Foods im Angebot. Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat hatte den grössten Börsengang überhaupt in den USA in den letzten 20 Jahren. Und sie bieten diese Produkte nicht an, weil die Regierung sie dazu verpflichtet, und auch nicht, weil die CEOs gute Menschen sind, sondern weil die Konsumenten sagen, das wollen wir. Wenn wir etwas wollen, verändert das den Markt. Und wenn sich der Markt verändert, ist es einfacher für uns, eine gute Wahl zu treffen. Dann treffen wir öfter eine gute Wahl, und wenn wir das tun, verändern sich die Unternehmen noch mehr, und den Gewohnheiten folgen neue Gesetze. Das Gleiche gilt für Elektroautos. Tesla ist seit kurzem die grösste Autofirma in der US-Geschichte, und zwar nicht, weil die Regierung die Herstellung von Elektroautos verlangte, sondern wegen der Nachfrage. Das heisst, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie sozusagen, der einzelne Konsument hat ja auch eine Macht, und die Politik könnte nachziehen. Ernst Fehr, ein berühmter Schweizer Ökonome, hat kürzlich gesagt, er wäre auch für eine Steuer auf alle Produkte, und zwar eine Steuer, die proportional zum Ausdruck bringt, wie gross der Beitrag eben ist zum Klimawandel. Und dann könnte man quasi umverteilen. Man verteuert die Produkte, die schädlich sind für die Umwelt, künstlich, und man nimmt Geld ein. Man könnte das Geld sogar umverteilen an die Bevölkerung, hätte also zugleich auch noch eine Art Umverteilung innerhalb der Bevölkerung. Das wäre eine Idee, die Sie wahrscheinlich sogar unterschreiben würden. Sie würden einfach sagen, das ist nicht das, worum es mir geht im Buch. Das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Aber ich würde es anders beschreiben. Sie sprachen von der Idee, Produkte, die der Umwelt schaden, künstlich zu verteuern. Ich würde sagen, hören wir auf, sie künstlich zu verbilligen. Wenn ein Burger Umweltkosten verursacht, muss jemand dafür bezahlen. Auch wenn wir es nicht beim Kauf tun, jemand bezahlt dafür. Laut der UNO gehört die landwirtschaftliche Tierhaltung zu den zwei oder drei schlimmsten Ursachen jedes gravierenden Umweltproblems, wie Luftverschmutzung, Gewässerverschmutzung, Verlust von Artenvielfalt oder Abholzung. Wer bezahlt dafür, wenn all das passiert? Wir. Und später unsere Kinder oder Enkel. Deshalb schlage ich vor, ein Burger soll so viel kosten, wie er wirklich kostet. Autos und Flugreisen sollen so viel kosten, wie sie wirklich kosten. Kostet ein Flugticket von Europa in die USA plötzlich 15'000 Dollar, so viel kostet es uns nämlich tatsächlich, und wir deshalb weniger fliegen, ist das der freie Markt. Es ist keine Zumutung, wie gewisse Leute sagen. Man legt nicht einen künstlichen Preis fest, um uns etwas wegzunehmen. Vielmehr wurden gewisse Preise künstlich gesenkt, was uns zu einer schlechten Wahl verleitet. Und dafür müssen unsere Kinder und Enkel bezahlen. Es ist auch ganz oft in Ihrem Buch so, oder auch wenn man sie sonst liest, das Gefühl, dass Sie dafür plädieren, Perspektiven zu ändern, neu zu sehen. Es gibt ein Bild in Ihrem Buch, das immer wieder auftaucht, nämlich das Bild der Erde von aussen gesehen, wo Sie quasi sagen, der erste Mann auf dem Mond hat diesen Moonshot gemacht, dieser Moment, in dem man die Welt von aussen gesehen hat. Und dieser Perspektivenwechsel, der ist immer wieder der Moment, in dem wir Dinge ganz neu sehen und vielleicht auch fast schon auf neue Gedanken kommen. Etwa 500 Menschen haben bisher die Erde als Kugel vom All aus gesehen. Und ihre Erfahrung war so übereinstimmend, dass man ihr einen Namen gab. Overview-Effekt. Das ist ein Gefühl tiefer Ergriffenheit. Sieht man die Erde vom All aus, wird einem, so seltsam das klingt, plötzlich bewusst, dass wir auf einem Planeten leben. Das vergisst man so leicht, obwohl es offensichtlich ja nicht sein könnte. Wir leben auf einem Planeten. Und wenn Astronauten diesen Planeten aus Distanz sehen, wird ihnen bewusst, wie fragil er ist. Dass er, von scheinbar unendlicher schwarzer Leere umgeben, unser einziges Zuhause ist und dass wir ihn beschützen müssen. Diese Perspektive hat die Astronauten verändert. Viele engagierten sich nach ihrer Rückkehr für soziale Projekte oder wandten sich der Spiritualität zu. Ich werde die Erde wohl nie aus dem All sehen. Sie auch nicht. Vermutlich. Aber wir haben unsere persönlichen Overview-Effekt-Momente. Ich erlebe das manchmal an Silvester, manchmal an meinen Geburtstagen, an den Geburtstagen meiner Kinder. Wenn ein geliebter Mensch stirbt. Diese Momente, in denen ich zurückblicke und mir bewusst wird, wie kostbar das Leben ist und dass wir behutsam damit umgehen müssen. Sie haben dieses Buch ja zum Teil auch geschrieben am Sterbebett Ihrer eigenen Grossmutter. Ihre Grossmutter, die 1941 aus einem Städtel geflohen ist, als 20-Jähriger. Ihre Familie wurde danach umgebracht. Und diese Momente, in denen Sie mit der Schreibmaschine oder Ihren Notizbüchern an diesem Bett sitzen, die scheinen Sie sehr geprägt zu haben. War das für Sie auch so ein Overview-Effekt? Ganz klar. Zu sehen, wie Sie... Ich mache mir keine Vorwürfe und schäme mich nicht zuzugeben, dass ich sie fast die ganze Zeit ignoriert habe. So ist das Leben. Meist ignoriert man die Menschen, die man liebt, die Menschen, die sich um einen kümmern, vor allem die Eltern oder Grosseltern, die etwas älter sind. Meine Grossmutter gehörte für mich die meiste Zeit fast zum Inventar. Aber ich war jung und wollte andere Dinge tun, draussen mit dem Ball spielen oder mit meinen Freunden rumhängen. Warum sollte ich mich zu einer 80, 90, am Schluss fast 100-jährigen Frau setzen und solche Gespräche führen? Aber als ich bei ihr sass, als es zu Ende ging, sah ich sie völlig anders. Ich realisierte, was für Opfer sie gebracht hatte, wie mutig sie war. Sie ist der Grund, warum meine Familie überhaupt existiert. Ihre Geschwister wurden getötet, ihre Eltern und Grosseltern wurden getötet und auch alle ihre Freunde. Sie hatte als einzige ihrer Familie den Krieg überlebt. Das wusste ich immer, aber ich bin nicht sicher, ob ich das auch immer gefühlt habe. Und ein grosser Teil dieses Buchs handelt vom Unterschied zwischen den Dingen, die wir im Kopf wissen, und den Dingen, die wir im Herzen wissen, und wie schwierig es ist, die Dinge von da oben nach hier unten zu bringen. Und diese Bewegung von oben nach unten, vom Denken vielleicht auch ins Fühlen, das ist sozusagen das Grundmotiv oder das Grundanliegen auch des Buches. Jetzt haben Sie sehr schön beschrieben, wie wir alle diese Overview-Momente haben, in denen uns das passiert. Man kann es auch herstellen durch gute Geschichten, durch das Erzählen von guten Geschichten. Und ich habe es schon gesagt, wer könnte das, wenn nicht Sie, weil Sie ein Schriftsteller sind, fühlen Sie auch eine spezielle Verantwortung als Schriftsteller, eben solche Bücher auch zu schreiben, nicht nur Romane, sondern sich hinzusetzen und zu sagen, ich versuche, eine Geschichte zu erzählen, die die Leute aufrüttelt und sie zum Handeln bringt? Ich fühle wahrscheinlich eine ähnliche Verantwortung wie Sie. Sie haben mich eingeladen, um über dieses Thema zu sprechen, obwohl viele Gäste über Themen sprechen könnten, die viel sexier, lustiger oder attraktiver sind für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber etwas in diesem Buch hat Ihnen gesagt, das ist wichtig, darüber müssen wir reden. Das ist so, wobei Sie natürlich auch sehr attraktiv sind als Gast. Die Leute wollen hören, was Sie zu sagen haben. An einer Lesung, kürzlich in London, gab es wie üblich eine Fragerunde am Ende. Die letzte Frage stellte ein achtjähriges Mädchen. Sie sass in der ersten Reihe und fragte mich, denken Sie, dass wir dieses Problem lösen? Werden wir den Planeten retten? Ich sagte ihr die Wahrheit, nämlich, dass ich es nicht weiss, und fragte zurück, denkst du, wir retten ihn? Und sie sagte, ich weiss nicht, ob wir es rechtzeitig schaffen. Und ich, was meinst du, was braucht es, damit wir es rechtzeitig schaffen? Sie sagte, wir müssten ständig darüber reden. Bücher zu schreiben, ist für mich eine Art, über Dinge zu reden. Nicht nur mit der Leserschaft, sondern auch mit mir selbst. Etwas zu ergründen, ist für mich die beste Möglichkeit, achtsam und sorgfältig mit den Stoffen umzugehen, die mir wichtig sind. Egal, ob es ein Roman oder ein Sachbuch ist. Auch das hier ist eine Art, darüber zu reden. Ich bin total überzeugt von dem, was das Mädchen sagte. Die Klimakrise braucht Technologie, sie braucht Geld, Politik und Wertvorstellungen. Aber in allen Bereichen geht es um das Gespräch. Sei es ein politisches Gespräch zwischen den Bürgern und ihren politischen Vertretern oder eine Diskussion mit unseren Kindern beim Abendessen. Das muss unser Denken bestimmen. Diese Krise muss so viel Raum in unserem Leben belegen, wie ihr gebührt. Es braucht die Technologie, es braucht die Ökonomie, es braucht die Politik, es braucht uns alle und es braucht die Geschichten. Und bei den Geschichten fällt ja auch auf, dass die Geschichten auch Figuren brauchen. Sie machen sehr deutlich in dem Buch auch, dass es im Grunde genommen manchmal sehr darauf ankommt, welche Figur sich für die Geschichte eignet. Und Sie führen eine Person ein, die ich nicht gekannt habe, nämlich eine Claudette Colvin. Ich weiss gar nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich kannte sie nicht, aber ich kenne Rosa Parks. Jeder kennt Rosa Parks, die in Montgomery, Alabama 1955 aufgestanden ist oder sich eben nicht erhoben hat im Bus und nicht Platz gemacht hat für einen weissen Mann und damit eigentlich die Bürgerrechtsbewegung losgetreten hat. Sie sagen, Moment, es gibt eine andere Geschichte. Erzählen Sie vielleicht mal kurz die andere Geschichte, die eben nicht zur Story wurde. Wie Sie sagten, war da diese junge Frau namens Claudette Colvin. Rund neun Monate bevor Rosa Parks ihren Platz im Bus nicht freigab, tat Claudette etwas Ähnliches. Sie weigerte sich aus dem gleichen Grund, in den hinteren Teil des Busses zu gehen. Doch die Bürgerrechtsorganisation NAACP fand, sie sei nicht die beste Sprecherin, die beste Erzählerin oder Heldin der Geschichte zu diesem Zeitpunkt. Denn sie war 15 Jahre alt, schwanger von einem verheirateten Mann und sie entstammte einer, wie es hiess, schlechten Familie. Rosa Parks hingegen war eine aktive Bürgerrechtlerin und eine sehr kluge Strategin. Unter anderem erkannte sie, dass Geschichte sowohl war, als auch konstruiert und kreiert ist. Es ist kein Zufall, dass so viele gute Storys Geschichte schreiben und so viele ikonische Bilder und Figuren eine historische Dimension bekommen. Im Buch machte ich ein Gedankenexperiment, das halb witzig und halb wahr ist. Hätte sich das Christentum derart ausgebreitet, wenn Jesus nicht gekreuzigt, sondern in einer Badewanne ertränkt worden wäre? Würden seine Anhänger jetzt Badewannen um den Hals tragen? Wäre 9-11 9-11, wenn sich die Türme des World Trade Centers nicht so leicht zeichnen liessen? Wäre Hitler auch Hitler ohne seinen Schnurrbart? Wäre Gandhi auch Gandhi ohne Ländenschurz? Barack Obama änderte seinen Vornamen von Barry zu Barack. Denken Sie, Barry Obama wäre Präsident geworden? Barack klingt so viel ikonischer und heroischer. Ich weiss nicht. Aber beim Klimawandel ist es offensichtlich. Wir brauchen ikonische Figuren. Und eine solche Figur ist ja vielleicht Greta Thunberg. So wird es auf jeden Fall sehr oft gesagt. Das heisst sehr oft, Greta Thunberg hat das Potenzial, eine Bewegung loszutreten, weil sie ein Mädchen ist. Mittlerweile ist sie eigentlich eine erwachsene Frau. Es wird auch immer wieder gesagt, sie hat Asperger. Das heisst, sie ist eigentlich selber von einer verletzlichen Gruppe von Menschen. Das macht sie vielleicht auch besonders glaubwürdig. Auf der anderen Seite hat sie gerade kürzlich wieder am World Economic Forum in Davos gesagt, alle hören mir zu, keiner tut was. Das stimmt so natürlich nicht. Es gehen viele auf die Strasse, aber sie ist trotzdem frustriert, dass sie denkt, ich habe doch eine Geschichte, ich erzähle euch doch was. Und trotzdem passiert zu wenig. Nun, ich denke, sie unterschätzt ihren Einfluss. Sie hat Recht und Unrecht. Recht hat sie, indem sie sagt, was sie sagt. Sie hat insofern Unrecht, als sie Millionen Menschen mobilisiert hat. Dutzende, wenn ich sogar hunderte Millionen. Ohne sie gäbe es keine Freitagsdemonstrationen. In Davos hätten sie nicht so viel darüber geredet, auch wenn sie nur Mist von sich gaben, aber ohne sie wäre die Thematik vermutlich gar nicht zur Sprache gekommen. Und auch wir zwei würden wohl jetzt nicht hier sitzen. Ihr Einfluss ist also weitreichend. Aber sie hat Recht insofern, als das Risiko besteht, dass es um Gefühle anstatt Handlungen geht. Manche Leute schauen Videos von Greta Thunberg, sie weinen, fühlen sich hoffnungsvoll und inspiriert, als ob das schon bedeuten würde, Umweltaktivistin oder Aktivist zu sein, anstatt dass sie ihr Leben ändern, wie das Greta Thunberg getan hat. Und während Greta eine Art Heldin ist für uns, unsere erste Heldin der Klimakrise, könnte man sagen, haben wir auch unseren ersten realen Bösewicht, den Donald Trump. Ich arbeitete für Hillary Clinton und wollte, dass sie gewinnt. Aber es gibt einen etwas abartigen Grund, warum ich dankbar bin, dass Donald Trump nun Präsident ist. Er hat uns zur Selbstreflexion gezwungen. Er verkörpert das, was wir nicht wollen, das, was wir befürchten. Und ich denke, er konnte womöglich so viele Menschen wie Greta mobilisieren. Vor allem Jugendliche, die sagen, das Mass ist voll, wir müssen die Welt ändern. Sie beschreiben dieses Sich-Anstecken-Lassen von einer Geschichte mit dem Bild einer Welle. Wir kennen diese Wellen in Sportstadien. Hier gibt es ein Bild einer Welle. Menschen machen eine Welle und es reisst einen mit. Und Sie sagen dazu im Buch etwas, was mich wirklich berührt hat, einen grossartigen Satz. Sie sagen nämlich, noch nie hat mich eine Welle zufällig in dem Moment erreicht, als die Begeisterung mich packte. Wellen brauchen kein Gefühl, sie bringen es hervor. Und das gefällt mir sehr, weil ich denke, genau so ist es. Man sitzt da und man ist vielleicht gar nicht so begeistert, aber die Welle reisst einen mit. Und dann haben wir ja eigentlich so eine Huhnei-Frage. Wer tritt denn die Welle los? Wir müssen jemanden finden oder Stoffe finden, die die Welle lostreten. Sind diese Wellen solche Overview-Momente oder Figuren, beides zusammen? Oder haben Sie noch andere Ideen? Ich denke nicht, dass nur etwas so eine Welle auslöst. Zuerst möchte ich sagen, sie ist bereits angerollt. Wenn man in der Welle drinsteckt, kann es schwierig sein, sie zu spüren. Wie der Witz von zwei Fischen, die sich eines Tages begegnen. Sagt der eine, das Wasser ist sehr warm. Und der andere, was zum Teufel ist Wasser? Wenn wir in etwas drinstecken, merken wir es manchmal kaum. Die Welt hat sich so stark verändert im letzten Jahr. Unsere Wahrnehmung des Klimawandels, unsere Bereitschaft und unser Verlangen, darüber zu reden. Und unsere Bereitschaft und unser Verlangen, unser Leben deswegen zu ändern. Hätte mich jemand vor einem Jahr gefragt, glauben Sie, dass am Gala, den er der Golden Globes, ein rein veganes Menü serviert würde, hätte ich gesagt, natürlich nicht, warum auch? Glauben Sie, der beste Hauptdarsteller ruft auf der Bühne dazu auf, ob man solle der Umwelt zuliebe weniger Fleisch essen, wie das Joaquin Phoenix tat, hätte ich gesagt, natürlich nicht. Auf die Frage, denken Sie, dass Beyond Meat das erfolgreichste Unternehmen in den USA sein würde, hätte ich gesagt, natürlich nicht. Hm. Hätte jemand gesagt, ein Elektroautounternehmen würde zum erfolgreichsten und grössten Autohersteller in der US-Geschichte, hätte ich mir das nie vorstellen können. Jetzt sind diese Dinge selbstverständlich und die Veränderungen erfolgen immer schneller. Das ist, denke ich, nicht einem Ereignis oder einer Person zuzuschreiben. Es stimmt schon, es verändert sich viel, wobei ich manchmal den Eindruck habe, ich lebe auch in einer Bubble. In meinem Umfeld ist es für die meisten Menschen ein Thema, sich zu überlegen, was sie essen oder zu versuchen, weniger zu fliegen. Wenn man in einer Stadt wie Zürich lebt, braucht man schlicht kein Auto. Ich habe noch nie ein Auto besessen und das geht ganz viel in meiner Umgebung so. Und trotzdem hat man den Eindruck, man tut irgendwie zu wenig. Und zugleich merkt man immer wieder, es ist genau, wie Sie es beschreiben, Verstehen ist das eine, sich motiviert fühlen und wirklich ins Handeln kommen, ist das andere. Und das ist ja ein philosophisches Problem, was zum Beispiel schon David Hume beschrieben hat, der gesagt hat, es widerspricht eigentlich dem Verstand nicht, lieber keinen kleinen Schnitt im Finger zu haben, als zu verhindern, dass irgendwo ein Haus zusammenkracht. Und das ist eigentlich wahnsinnig frustrierend, zu merken, das, was wir denken, ist eigentlich doch was ganz anderes, wie das, was wir tun. Da gibt es einen grossen Unterschied. Und das Zwischending ist das Mitgefühl, wirklich das Fühlen. Also ist die Frage letztendlich, wie kreieren wir diese Gefühle? Wussteig, dass Sie das sagen, denn ich habe wirklich meinen Finger verletzt. Ich sehe es. Ziemlich böse, gestern. Es wollte nicht aufhören zu bluten. Und es stimmt, ich konnte an nichts anderes mehr denken. Ich war besessen davon und rief meine Freunde an, oh Gott, mein Finger tut so weh. Es ist sehr schwierig, die Dinge im richtigen Verhältnis und aus der richtigen Perspektive zu sehen. Aber vielleicht können wir einfach anerkennen, dass das zum Menschsein gehört und Wege finden, damit umzugehen, anstatt so zu tun, als ob es nicht so wäre. Wenn Sie in einen Laden gehen und etwas sehen, das Ihnen gefällt, erwägen Sie, es zu stehlen? Oder zahlen Sie immer dafür? Ehrlich gesagt mache ich schon eher das Zweite. Sie bezahlen dafür. Klar, ich auch. Wie entscheiden Sie, nicht zu stehlen? Müssen Sie sich an den Sozialvertrag erinnern oder den Ladenbesitzer besonders sympathisch finden? Warum stehlen Sie nicht? Was hindert Sie daran? Wahrscheinlich wollen Sie darauf hinaus, dass es ein Automatismus ist, oder? Ich überlege mir das ja gar nicht. Sie überlegen sich das nicht, weil Sie keine Person sind, die stiehlt. Sie tun so etwas einfach nicht. Vielleicht ein wenig wegen des Gesetzes, aber das ist nicht die ganze Erklärung. Es hat vielleicht mit Ihrer Erziehung zu tun, damit, wie Sie sich sehen wollen. Aber es ist keine bewusste Entscheidung, Sie tun es einfach nicht. Entsprechend müssen wir Menschen werden, die unseren Planeten nicht bestehlen und die Zukunft nicht bestehlen. Das finde ich wahnsinnig interessant. Das erinnert mich an einen Aufsatz von Cora Diamond, eine Philosophin, die sich auf Wittgenstein bezieht. Und die sagt, wir sind Tiere, die keine Tiere der gleichen Spezies essen. Wir essen nämlich keine Menschen. Vielleicht könnte man dieses Fleisch ja so zubereiten, dass es uns schmecken würde, dass es auch nicht krank macht. Aber wir tun das nicht. Das gehört nicht zu der Art und Weise, wie wir leben. Und wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, wir müssen lernen, uns so zu verändern, dass wir gewisse Dinge einfach nicht mehr tun. Ja, und wir haben diesbezüglich eine lange Geschichte. Wir essen übrigens auch keine Hunde und keine Koalas. Wir alle kennen diese Bilder aus Australien von toten Koalas am Strassenrand. Da reagieren die Leute so entsetzt, wie konnte die Menschheit das nur zulassen. Dabei vergessen sie, dass wir jedes Jahr 50 Milliarden Tiere töten und dass dies zu einem grossen Teil den Tod dieses Koalas am Strassenrand verursacht hat. Dafür halten wir keine Sklaven. Aber früher taten wir das. Wir behandeln Frauen nicht anders als Männer. Wir versuchen es zumindest. Das ist eine unserer momentanen Reisen. Aber wenn wir die ganze Menschheitsgeschichte betrachten, gibt es viele Dinge, die wir zu tun pflegten, und dann erfolgte eine Art moralische Revolution. Und wie lange es auch dauert, wie mühsam es ist und wie schwer vorstellbar, bis es soweit ist, kaum ist die Revolution da, schauen wir zurück und fragen uns, wie konnten wir je so sein, wie konnten wir das je tun. Es gibt ja manchmal auch Personen, die sagen, es braucht vielleicht gar nicht so sehr eine Veränderung von uns. Wir haben ja auch die Technik. Wir können eine technologische Lösung machen. Es gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen, wie der Klimawandel gebremst werden kann. Einer, der zu meinem grossen Erstaunen bei uns in der Sendung für technologische Lösungen plädiert hat, ist Al Gore. Und er war bei Yves Bossard zu Gast. Wir hören ihm ganz kurz zu. Diese Art von exponentieller Veränderung, wir kennen das aus dem Bereich der Technologie, mit dem Murschen Gesetz, Mobiltelefonen und vielen anderen Geräten. Es ist sehr spannend, dass dieses gleiche Muster jetzt bei erneuerbaren Energien auftaucht, bei der LED-Beleuchtung, bei Elektrofahrzeugen, Batterien, bei tausenden neuen Technologien. Die Welt befindet sich gerade im frühen Stadium einer globalen Nachhaltigkeitsrevolution, ermöglicht durch digitale Werkzeuge, wie die künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge. Sie hat den Umfang der industriellen Revolution, aber mit der Geschwindigkeit der digitalen Revolution. Sie ist eine Realität in unserem Leben. Und wir sollten sie als Basis für echte Hoffnung wahrnehmen. Wir können das lösen. Wir werden es lösen. Sind Sie so hoffnungsfroh? Al Gore ist Veganer aus ökologischen Gründen. Er setzt also seine Hoffnung nicht nur in technologische Lösungen. Er macht auch als Individuum die nötigen Schritte, bis die Technologie soweit ist. Das würde ich also als gute Balance bezeichnen. Etwas hat er jedoch nicht erwähnt. Was die industrielle und die digitale Revolution antrieb, war das Geld. Es ging nur ums Geld. Das war der einzige Anreiz für Unternehmen, Innovation voranzutreiben. Das kann jetzt nicht mehr der einzige Antrieb für Innovationen sein. Grüne Technologien werden lukrativ sein, und Menschen werden tonnenweise Geld machen durch ihre Mitbeteiligung an der Lösung der Klimakrise. Aber als Ganzes gesehen macht es wenig Sinn als Geschäftsmodell. Und die Leute, die über mögliche technologische Lösungen für dieses Problem sprechen, wird man nie sagen, deshalb sollten wir 2 Billionen Dollar in staatlich unterstützte Forschung stecken oder deshalb sollten wir den Steuersatz um 10% erhöhen, bis wir die Klimakrise gelöst haben. Niemand ist gewillt, in diese nötigen Ideen zu investieren, sondern man präsentiert andere Lösungen, um der harten Arbeit aus dem Weg zu gehen. Also Sie sind da ein bisschen skeptisch. Vielleicht können wir auch noch wirklich über den Begriff der Hoffnung sprechen und zu diesem Gefühl zurückkehren, das uns befallen kann, wenn wir über die Klimakrise nachdenken. Sie sagen im Buch, es gibt eigentlich nichts, was Sie zugleich so hoffnungsfroh und so hoffnungslos macht wie der Klimawandel. Und Sie haben diese Geschichte erzählt von diesem Mädchen, das sie gefragt hat, ob sie glauben, dass wir es noch lösen können, und das dann selber gesagt hat, vielleicht nicht rechtzeitig. Haben Sie Tage, an denen sind Sie verzweifelt und Tage, an denen sind Sie voller Hoffnung? Oder ist das immer gleichzeitig in Ihnen drin, dieses Gefühl? Es geht auf und ab. Ich lese z.B. in einem Artikel, dass wir die Menge des Methanausstosses in die Atmosphäre unterschätzt haben. Das verschlägt mir den Atem und ich bin irgendwie verzweifelt. Auch wenn ich Trump sprechen höre. Dann gibt es andere Dinge, die mich sehr hoffnungsvoll stimmen. In meiner Familie ist es fast ein Witz, dass ich oft meine Kinder zu mir rufe und sage, Jungs, ich glaube, wir lösen dieses Problem. Das letzte Mal, als ich das zu Ihnen sagte, war der Auslöser die Starköchin Samin Nosrat, die in den USA sehr berühmt ist. Sie hat ihre eigene Show auf Netflix namens Salz, Fett, Säure, Hitze und ist eine einflussreiche Persönlichkeit in den USA. Sie las dieses Buch und verkündete, sie würde zum Frühstück und Mittagessen keine tierischen Produkte mehr essen. Ich dachte, wow, wenn Chefköche das zu thematisieren beginnen, wenn Restaurants anfangen, ihr Fleischangebot zu reduzieren, und wenn sie darüber hinaus auch noch sagen, warum, bekommst du den Eindruck, das könnte sehr schnell ein starkes Echo auslösen. Das Gleiche fühlte ich, als ich sah, wie an den Golden Globes die Stars darüber sprachen. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Leute wie Michelle Obama im Fernsehen auftreten und sagen, unsere Familie wird den Fleischkonsum reduzieren, denn wir vertrauen der Wissenschaft und wissen, was sie uns sagt. Wenn solche Dinge passieren, fühle ich mich sehr hoffnungsvoll. Aber es gibt andere Momente, da möchte ich meinen Kindern nicht in die Augen schauen müssen, weil ich so sicher bin, dass wir ihre Welt ruinieren. Etwas, was mich sehr deprimiert hat im letzten Jahr, war ein Beitrag von Jonathan Franson, einem anderen US-amerikanischen Schriftsteller, der im New Yorker geschrieben hat, wir sollten mal aufhören, so zu tun, als gäbe es die Katastrophe noch irgendwie abzuwenden. Und es gibt einen anderen Beitrag, den Sie oft zitieren, nämlich von Royce Cranston in New York Times, der einen Beitrag geschrieben hat mit dem Titel Learning how to die in the Anthropocene. Wo er auch sagt, das grösste Problem angesichts des Klimawandels sei eigentlich ein philosophisches, nämlich wie wir jetzt lernen zu sterben und wie wir als Sterbliche auf diese Katastrophe blicken. Diese Beiträge sind es, bei denen ich denke, da muss man aufpassen, dass man nicht in eine Lethargie kippt. Es gibt zwei Arten, solche Standpunkte zu betrachten. Und ich möchte vorausschicken, beide sind wunderbare Autoren und Denker. Aber man könnte einwenden, es sei nicht gerade hilfreich zu sagen, wir sind verloren. Das ist aber nicht meine Kritik. Meine Kritik ist, es stimmt nicht. Die stärkste Reaktion auf Jonathan Fransons Essay kam von Wissenschaftlern. Ja, das ist richtig. Sie sagten, es stimmt einfach nicht. Die Information, die er zitierte, war aus dem Zusammenhang gerissen und fehlinterpretiert. Wie ich schon vorher sagte, es stimmt nicht, dass wir verloren sind. Es stimmt auch nicht, dass wir den Planeten retten werden. Die Wahrheit ist, wir werden viele Dinge verlieren und das Ausmass des Verlusts hängt nur von unserem Handeln ab. Seit der Industriellen Revolution wurden 100% der globalen Erwärmung durch menschliche Aktivitäten verursacht. So ist auch alles, was jetzt passiert, das Resultat menschlicher Aktivitäten. Jonathan Fransons hat recht. Wir sind daran, gewisse Dinge zu verlieren, die wir nicht mehr retten können. Ein paar Küstenstädte, womöglich die Korallenriffe, ein paar Prozent des Schelfeises. Wir werden viele Tierarten und viele Menschenleben verlieren. Das heisst aber nicht, dass wir verloren sind. Aber das bedeutet nicht, dass wir verloren sind. Eine Weile lang hatte ich den Eindruck, diese Apokalypsen-Rhetorik dient dazu, eine Welle loszutreten. Leute denken, wir müssen etwas tun, und es entsteht ein Aktivismus. Im Moment habe ich das Gefühl, es entsteht das Gegenteil. Leute reagieren so, dass sie in eine so Anything-goes-Haltung kommen, dass sie denken, ach, wir gehen sowieso unter, das spielt ja eh keine Rolle mehr. Und manchmal wird dann auch darauf verwiesen, und sie tun das auch, dass man sagt, es gab ja schon fünf Massensterben vor uns. Schon ganz oft ist die Welt sozusagen untergegangen, und es war eigentlich immer eine Klimakatastrophe, ausser bei den Dinosauriern. Da ist wahrscheinlich ein Meteoriteneinschlag dafür verantwortlich gewesen, dass die Dinosaurier ausgestorben sind. Der Unterschied ist einfach, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der Klimawandel Menschen gemacht ist. Was genau bedeutet dieser Unterschied, philosophisch oder intellektuell? Es bedeutet, dass wir uns selbst in diese Situation hinein manövriert haben. Wir sind ihr nicht zufällig ausgeliefert. Sie ist nicht etwas Ungerechtes. Sie ist auch nicht einfach Pech. Sie ist die logische Folge unseres Handelns. Bis vor relativ kurzer Zeit, sagen wir bis vor 30 oder 20, vielleicht sogar bis vor 10 Jahren, konnte der durchschnittliche Mensch auf Unkenntnis plädieren. Wir konnten sagen, wir wussten nicht, was wir mit unserem Tun verursachen. Wir wussten nicht, dass wir so viel Zerstörung hervorrufen. Die Ursache-Wirkungskette war nicht sichtbar für uns. Aber darauf kann heute niemand mehr plädieren. Die USA liegen hinter Europa, was das Klimabewusstsein betrifft. Etwa 91% der US-Bürgerinnen und Bürger sagen, sie akzeptieren den Klimawandel als wissenschaftliche Tatsache. 91%. Es gibt in den USA doppelt so viele Menschen, die an die Existenz des Farbewesens Bigfoot glauben, als Menschen, die den Klimawandel leugnen. 70% der US-Bevölkerung wünschen, die USA wären im Pariser Klimaabkommen geblieben, eingeschlossen die Mehrheit der Republikaner. Oft heisst es, das sei ein Konflikt zwischen linksliberalen und konservativen oder zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, zwischen religiösen und säkularen Gruppen, zwischen alt und jung. Das stimmt nicht. Es geht hier um die Grundwerte von uns allen. Und nun sind wir am Punkt, an dem wir nicht mehr auf Unkenntnis plädieren können. Wir wissen, was passiert. Und unsere Entscheidung, man könnte sogar sagen, unsere Menschlichkeit wird offenbar. Die Frage ist, sind wir als Spezies fähig, Nein zu sagen zu Dingen, die wir wollen, wie Fliegen, Fleisch essen usw., zugunsten von etwas anderem, das wir wollen. Sozusagen die Verantwortung, die aus der Freiheit erwächst. Es ist unsere Wahl, sagen Sie, wie wir uns entscheiden, wie wir weitermachen. Sie erzählen auch an einer gewissen Stelle die Geschichte von Jan Karski, der 1942 als Katholik in Polen im Warschauer Ghetto beobachtet hat, wie das Ghetto geschlossen wurde, wie die Menschen in ein Vernichtungslager gebracht wurden oder das Ghetto in ein Vernichtungslager umgewandelt wurde. Und er geht in die USA, er flüchtet und erzählt diese Geschichte einem sehr einflussreichen Anwalt und ihm wird nicht geglaubt. Es wurde Ihnen ein bisschen der Vorwurf gemacht, dass Sie diese Situation jetzt angesichts des Klimawandels vergleichen würden mit Holocaust-Lügern. Ich weiss gar nicht, ob Sie diese Parallele so ziehen wollten. Aber vielleicht können Sie etwas dazu sagen, wie sehr gleichen sich diese Situationen denn wirklich? Diese Parallele wollte ich nicht ziehen. Wie Sie erwähnten, schrieb ich einen grossen Teil des Buchs, als meine Grossmutter im Sterben lag. Und sie hat, wie ich sagte, als einziges Mitglied ihrer Familie den Krieg überlebt. Sie überlebte, weil sie sich zur Flucht entschied. Ihre Schwestern beschlossen zu bleiben, ihre Eltern, Grosseltern, ihre Cousins, Freunde, alle anderen beschlossen zu bleiben. Nicht, weil sie Holocaust-Leugner waren, sie wussten, dass die Deutschen kommen würden. Sie glaubten nicht, dass das, was kommen würde, so anders sein würde, als das, was zuvor passiert war. Meine Grossmutter war nicht klüger als sie. Sie war kein besserer Mensch und sie hatte auch nicht mehr Angst zu sterben. Sie konnte nicht mal den Unterschied zwischen ihr und den anderen erklären. Darüber musste ich oft nachdenken. Denn ich bin eigentlich eine Art Leugner. Natürlich anerkenne ich die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ich weiss, was geschieht. Aber etwas in mir drin glaubt dennoch nicht, dass das wirklich passiert. Denn wenn ich es glaubte, würde ich ein ganz anderes Leben führen. Ich würde mich nur darauf fokussieren. Ich würde meine persönlichen Vorsätze nie infrage stellen. Womöglich wäre ich gar nicht hierher geflogen, wissen Sie? Genau. Aber es macht doch noch mal einen Unterschied. Sie erzählen ja beide Perspektiven, ob jemand bleibt und getötet wird und die Gefahr, die da kommt, vielleicht nicht richtig einschätzt oder auch gar nicht weiss, was tun. Oder ob die andere Person, die Sie erwähnen, ist eben diese Person, die nicht glaubt. Dieser Felix Frankfurter, heisst er. Der sozusagen, ihm wird ja die Geschichte erzählt. Und die Schwierigkeit ist, dass wir ja sehr oft in dieser Situation sind. Es ist ja nicht so, dass wir nichts tun könnten, sondern die Geschichte wird uns erzählt und trotzdem reagieren wir nicht. Und da hatte ich schon den Eindruck, ist eine spezielle Form von Unrecht, das Sie anprangern. Ich erzähle die Geschichte ganz kurz, damit die Zuschauer im Bild sind. Der 28-jährige Jan Karski, Katholik, ein unglaublich heldenhafter Mensch, schmuggelte sich ins Warschauer Ghetto und sogar in ein Vernichtungslager, um Beweismittel und Zeugenaussagen zu sammeln. Die wollte er in den Westen bringen und damit die USA und England überzeugen, in den Krieg einzugreifen und die Deutschen zu stoppen. Als er in die USA kam, traf ihr den Verfassungsrichter Felix Frankfurter, einen der klügsten Köpfe, welche die USA je hatten. Er war zudem Jude, was wichtig ist für die Geschichte. Jan Karski gab ihm alle Beweis mit. Das passiert dort, das sagen diese Menschen, da sind Bilder davon. Frankfurter stellte ihm eine Reihe von Fragen. Dann sagte er, ich will ehrlich sein, ich kann nicht glauben, was Sie mir erzählen. Jan Karski fragte, warum sollte ich lügen? Warum in aller Welt sollte ich Sie anlügen? Frankfurter erwiderte, ich sagte nicht, dass Sie lügen, ich sagte, ich kann Ihnen nicht glauben. Und dann gab er ein schönes Bekenntnis ab. Mein Herz und Verstand sind so beschaffen, dass ich Ihnen nicht glauben kann. Es kann sein, dass unser Herz und Verstand so beschaffen sind, dass wir nicht glauben können, was uns die Wissenschaftler sagen. Wir denken nicht, dass Sie lügen. Wir glauben auch nicht an eine andere wissenschaftliche Wahrheit. Wir können das einfach nicht derart in unser Leben integrieren, dass wir angemessen darauf reagieren. Deshalb sind wir nicht schlechte oder ignorante Menschen. Es gehört vielleicht einfach zum Menschsein. Es ist aber auch nicht das Ende der Geschichte, denn es gibt Wege, diesen fehlenden Glauben zu überwinden, indem wir uns zum Beispiel Routinen und Gewohnheiten aneignen. Dann müssen Sie nicht jedes Mal überlegen, wie Sie Ihre Ferien verbringen oder was Sie im Restaurant essen sollen. Sie müssen nicht jedes Mal entsprechende Gefühle und Gedanken abrufen. Es ist eher wie im Laden, wo Sie entscheiden, nicht zu stehlen. Sie sind einfach nicht eine Person, die stiehlt. Und um das geht es, um die Frage, wer wir eigentlich sein wollen. Eine Idee wäre ja vielleicht auch, mit dieser Untergangsrhetorik umzugehen, in sich einfach mal zu überlegen, was verlören wir denn eigentlich, wenn es uns Menschen nicht mehr geben würde. Und es gibt diese Passage in Ihrem Buch, das finde ich von den schönsten Passagen überhaupt, wo Sie einfach wahllos aufzählen, was der Mensch so tut und was es nicht mehr geben würde. Sie haben eine wunderbare Liste. Ich nenne nur ein paar Sachen. Wörter lernen, Samen aussäen, Selfies posten, Eifersucht runterschlucken, Landkarten, mühevoll zusammenfalten, Verlobungsringe aussuchen, Temperatur von Milch am Handgelenk prüfen, grottige Lobreden zerknüllen, eine ganze Liste. Und ich habe die mit grossen Vergnügen gelesen und hatte zunehmend den Eindruck, vielleicht ist es das, wir müssen uns wieder erzählen, zu welcher Zärtlichkeit wir fähig sind, zu welcher Originalität wir fähig sind, was wir auch grosses Vermögen, dass wir nicht nur Zerstörungswut in uns tragen, sondern ganz wunderbare Dinge tun können. Dem stimme ich zu. Aber wir können nicht unseren Alltag leben und ständig daran denken. Wir zwei können ein Gespräch führen, einander wirklich überzeugen und uns davon sehr berühren lassen. Wir gehen auseinander und sagen, ich werde mein Leben ändern, ich bin bereit, zur Lösung dieses Problems beizutragen. Und wir meinen das sehr ernst. Womöglich weinen wir sogar, so ernst ist es uns. Und zwei Stunden später geht das Leben weiter. Sie müssen zu einem Meeting hetzen und ich muss zum Hotel zurück und denke, es ist schon spät, was soll ich essen? Hier gibt es nichts Rechtes. Was soll's? Dieses eine Mal esse ich etwas, das ich eigentlich nicht essen sollte. Dann muss ich zurück nach New York und natürlich besteige ich nicht ein Schiff, sondern ich fliege. Unsere Lebensumstände und was es alles braucht, um durch den Tag zu navigieren, nehmen uns komplett in Beschlag. Darüber schwinden unsere Vorsätze und wir sind geneigt, uns das Leben leichter und angenehmer zu machen. Dabei vergessen wir das andere. Es kommt also durchaus vor, dass wir ergriffen sind. Wenn ich Bilder von Überschwemmungen, Buschbränden, Sturmfluten und Klimaflüchtlingen sehe, bewegt mich das zutiefst. Dann frage ich keine Sekunde, was zu tun ist. Das Problem ist, ich sehe mir diese Bilder nicht ständig an. Meistens schaue ich auf mein Handy, lese die Zeitung oder bin unterwegs und absorbiert von der Hektik des Alltags. Dabei geht das andere vergessen. Ich wollte eine Welle lostreten, ich wollte die Sachen vorlesen, weil ich gedacht habe, vielleicht kann man das Gespräch so beenden, dass man denkt, es gibt doch diese wunderbaren Dinge, über die wir uns unterhalten können. Jetzt haben Sie sozusagen die Welle wieder ein bisschen gestoppt. Nun, das tut mir leid. Nein, es ist doch die Frage auch der Ehrlichkeit. Womit enden wir eigentlich? Ich weiss es nicht, vielleicht ist das Ehrlichste zu sagen, es gibt eben wirklich beides, Hoffnung und Verzweiflung. Ich denke, besser als über Hoffnung und Verzweiflung zu sinieren, ist, sehr konkret und sachlich über unsere Vorsätze zu reden. Ein Beispiel. Ich hatte eine Lesung in Brüssel vor etwa drei Monaten. In der anschliessenden Signierstunde kam ein junges Paar zum Tisch, beide vielleicht 20 Jahre alt. Sie legten das Buch vor mich hin und blätterten zur Seite, wo ich jeweils signiere. Und da war alles vollgeschrieben. Ich fragte, was ist das? Sie sagten, wir heiraten in ein paar Monaten und beschlossen heute Abend, dass wir einen Plan brauchen, wie wir unser Leben gestalten. Wenn wir keinen Plan haben, tun wir, was wir gewohnt sind, wie alle anderen auch. Ihr Plan war, nicht mehr als zwei Kinder zu haben, vegetarisch zu essen, ausser sie sind bei Freunden zu Gast und es gibt nur Fleisch, zwei Tage pro Woche vegan zu essen und statt ein Auto nur Carsharing, nicht mehr als 1500 Kilometer pro Jahr. Und anstatt der üblichen Signatur wollten sie, dass ich als Zeuge unterschreibe. Das fand ich charmant und schön. Doch dann schämte ich mich, denn ich realisierte, obwohl ich dieses Buch geschrieben, auf der Bühne daraus gelesen und es signiert habe, hatte ich selber keinen Plan. Ich erwartete, dass unsere Regierung und die Konzerne einen Plan haben. Das erwartete ich sogar von der Schule, die meine Kinder besuchen. Aber ich hatte keinen Plan. Also ging ich in mein Hotel zurück und setzte einen Plan auf. Dazu gehörte, 2020 keine Flugurlaube zu machen. Hätten sie mich, bevor ich das aufschrieb, gefragt, was tun sie gegen das Problem der Flugreisen, hätte ich gesagt, ich versuche, weniger zu fliegen, was gar nichts bedeutet. Sobald es aber notiert ist, mit Zahlen und Daten und du einen Zeugen hast, verändert das dein Leben. Ich mache mir also weniger Gedanken bezüglich Hoffnung oder Hoffnungslosigkeit, sondern darüber, wie wir diese Gefühle konkretisieren können, damit wir uns nicht nur auf sie stützen müssen. Ich nehme also mit, wir sollten einen Plan machen, Entschlüsse fassen, das Ganze aufschreiben und unter Beihilfe eines Zeugens unterschreiben. Sie könnten das jetzt gerade vor der Kamera tun, dann sehen Ihnen alle dabei zu. Aber keine Angst, ich bringe Sie nicht in Verlegenheit. Vielleicht brauchst du es zu Eindruck. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank. Auch Ihnen danke fürs Interesse. Wer weiterlesen möchte in einem handsignierten Buch unseres Gastes, schreibt eine Mail an philosophie-at-srf.ch. Wir verlosen je ein Exemplar von Wir sind das Klima und Tiere essen. Philosophie gibt es wieder in einer Woche. Yves Bossard spricht mit Katayoun Amirpour über den Iran und eurozentristisches Denken. Eine gute Zeit. Bis bald. Musik Bei mir ist es bei dir ist das Klima und Hoover bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020